Das würde jemand meinen Schädel mit einem Presslothhammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Scheiße. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh, Mann. Wir kommen im Ebenklapp. Wir kommen im Ebenklapp. Sie entziehen mir doch nicht die Lizenz. Ich meine, ich hatte echt nichts damit zu tun. Die Ermittlung läuft gerade erst an, Sir. Ich kann Ihnen noch nichts sagen. Hey, Hank! Hey, Ben. Wie läuft's denn so? Es ist das Zimmer. Oh, äh, übrigens, Gavin ist auch da. Oh, toll. Ein Toter und ein Arschloch. Genau das, was ich brauche. Lieutenant Anderson und sein Plastik-Freund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androiden-Beteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht's hier doch nach Alp. Nacht, Lieutenant. Nacht, Nacht, Nacht. Oh, hey, 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 hey. Oh, Karna, das ist ekelhaft. Ich muss gleich noch mal kotzen. Ich bitte. Und danke. Ich bin Imam Sari. Bis zum nächsten Mal. ganze Mal. Ich binimal in meinem Aufschlub. Ichakis obwohl die 지나 éltret ist, Der Zeitlau reacting auch nicht besonders gut. Doch, ich bin ich gekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Führerschein steht Michael Graham Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist ihn zu reaktivieren Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute, eher weniger Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können Ich werde dir ein paar Fragen stellen, kannst du sprechen? Ist er... ist er tot? Hast du ihn getötet? Nein! Nein, ich war das nicht Sag mir, was passiert ist Er fing an, mich zu schlagen Wieder Und wieder Wer hat den Mann getötet, wenn nicht du? Ich weiß nicht, ich war abgeschaltet Ich... Ich habe nichts gesehen Warst du alleine im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben Das wollte er Wir waren zu zweit Wo ist der andere Android hin? Hat er etwas gesagt? Da war noch ein Android Das ist vor mehr als einer Stunde passiert Der ist längst weg Nein In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen Sie könnte noch hier sein Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen Oh Scheiße Da muss es noch etwas geben Vielleicht ein Augenzeuge Jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid Kannten Sie das Opfer? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal hier Ich meine, diese Typen riechen nicht gerade viel zu Sie kommen, haben Spaß Wir gehen da wieder Gab es hier schon mal einer mit den Androiden? Nein Gut Einmal Vor zwei bis drei Minuten war einer weg Gleiches Modell Verzeihung, Lieutenant Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt doch mal, Connor Wir haben Besseres zu tun Bitte, Lieutenant Vertrauen Sie mir Ja, ja Hallo 30 Minuten kostet 29,99 Bitte bestätigen Sie den Kauf Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck Kauf bestätigt Ebenklar wünscht Ihnen eine Agile Na, bitteschön Schön, Sie kennenzulernen Folgen Sie mir Ich bringe Sie in Ihr Zimmer Okay, und was jetzt? Oh, scheiße, komm Was zur Hölle machst du da? Sie hat etwas gesehen Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum Eine blauhaarige Tracy Die Speicher der Club-Androiden werden alle zwei Stunden gelöscht Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden Hä, und was soll ich mit dir jetzt machen? Sagen Sie ihr höflich ab! Äh, sorry, Süße, das wird doch nichts Nimm's nicht bei Probieren wir den hier Offenblick bringt's Er hat nichts gesehen Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht Er sah die blauhaarige Tracy Ich weiß, wo sie hin ist Dann hinterher Hier sind überall Androiden, verdammt Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung Ich kenne nicht Ich kenne die Zeit Nichts. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. 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 Warte! Ich übernehme das jetzt. Scheiße! Wir sind zu spät! 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 Dieser Mann erschlug die andere Tracy! Ich wusste, ich bin die Nächste! Ich hatte solche Angst! Ich hatte solche Angst! Ich bat ihn aufzuhören, doch er hörte nicht! Da legte ich ihm die Hände um den Hals! Und drückte zu! Bis er sich nicht mehr rührte! Ich wollte ihn nicht töten! Ich wollte einfach nur überleben! Und zurück zu meiner Geliebten! Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen! Und dabei die Menschen vergessen! Ihren Geruch nach Schweiß! Und die schmutzigen Wörter! Na komm! Gehen wir! Ist vermutlich besser so! Ha! Ich wollte nur noch nicht, dass ich mich für mich verwende! Du kannst nur noch nicht, dass ich mich für mich für mich vertreten! Und das ist ein Punkt! Es ist ein Punkt! Wenn ich mich für dich fühle, und ich mich für dich fühle, ist es ein Punkt! Vielen Dank. Vielen Dank.